Oh, Sebastian ist so schön. Ich mache sie ins Wohnzimmer, wummeln, dass er ein Bild war und da mache ich sie hin. Und jeden Morgen, wenn ich Kaffee trinke oder Mittagessen, dann sehe ich deinen Kuckucklack. Das ist so ein schönes Geschenk. Dankeschön. Okay. Okay. See, Dad? Look how pretty. Das ist huge. Wir senden das zu Sebastian. Do you want to say hi? Hi, Sebastian. Es ist sehr pretty. Das ist nicht, ist es? Oh, das ist schön.